Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Mind4Together mit mir, Blut und... Niko, ohne komischte B, da ist eure komischte Reise gejagt. Ja, ich jetzt... Nein, teleportier dich nicht. Teleportier dich doch selber. Hey, wie schwer ist das denn? Hm, du wollten mir noch mal die unendliche Wasserquelle. Also nicht irgendwo, oder? Nee, da war die wohl nicht. Alter, es geht gar nicht. Nein. Mach's doch selber. Die Elton. Die Elton. Die Elton. Die Elton. Kann man denn die Befehle vergessen? Ja, ne? Die Elton. Man hört dich, Dennis. Dennis, man hört dich, hast du ihn gesagt. Zumindest hab ich ihn gehört. Zumindest hab ich ihn gehört. Boah. Zufrieden? Tja. Boah, jetzt. Wer der Tag Killbefehl geben würde, würde ich ihn behalten. Gibt's doch. Der Killbefehl tut mir nicht nur selber. Ich hab den anders in der Augen. Siehst du? Der Killbefehl. Er hat die Falle genommen. Wer? Ah. Ach, die hab ich nicht rausgeschnitten beim letzten Mal. Ich glaub ich zumindest. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Schon zu lange her. Ich werd ja schon alt und so kennt man ja. Ich hab's vergessen. GeflTransfer. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. um okay das ist immer noch kein Unternehmen was so so ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreitet obwohl kein Weihnachten mehr ist dann zu dem Geld die da sind Ja, ich glaube da ist einer durch Lava gestorben. Autsch. Lava-Tod ist der beste Tod. Jetzt! Oder wie? Ich brech den Helm. Das muss ich so verraten. Zahnweh. Lalalalalalalalalala. Führe. Aufgesucht, oder was ist schön? Ach ja, und danke dir, hey. Ich bring sie dir. Die Kätze sind zu. Da war eh nichts. Das war ein Interview, das bist du da. Ich möchte mal was überhaupt. Also, weil ich noch Level 0 bin, ne? Ey, apropos Level. Ich bin Level 8. Warum bin ich nicht Level 8 eigentlich? Wann hab ich denn gelevelt? Ach! Stimmt ja. Hab schon vergessen, was das letzte Projekt war, was wir gebaut haben. Ja. Zumindest irgendwas in der Hölle haben wir gebaut. Ich bin leer. Ich bin leer. Ihr seid alle Sachen. Und so Oktobus fangt auch langsam vor ihm an. jetzt weiß ich was wir in der letzten Folge gemacht haben gut, das kann oder nicht, was er quillen will so, einen Moment, ich mach nicht mehr im Aufflaus, wenn du das wüsstest, dann bist, nein, wir sagen das keine so, so Jessica, sag mal was? ja ja ja, lass das mit, das war, ich wollte das mit, das war, ich wollte das mit, ach doch ich rufe aber drei ja 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 bin noch dran äh ich glaube, es wird nacht das sind nur so, Vermutungen jemand tauchen muss für wasser, ach das gibt da auch nicht n 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